hallo und willkommen zurück wir sind hier auf eladen und versuchen hier wieder mal eine neue welt zu erkunden neue welt zu gründen eine ewig lange mission durch zu durchleben ok grogana pathfinder in diesem gebiet können ressourcen abgebaut werden sie können mit ihrem abbau interface mineralien extrahieren oh was ist denn hier die umgebungstemperatur liegt im normalen bereich lebenserhaltung wieder hergestellt was sollen wir denn hier scannen da mal glatt überziehen er scheint bereits seit mehreren stunden tot zu sein pathfinder aber wer hat ihn umgebracht und Was ist das? Was ist das? Sie wissen, wieso Sie sich hier drin verkrochen haben? Sie haben das Lager doch gesehen. Wenn Axios auftaucht, gibt es nur eins, was man tun kann. Sich verstecken. Wer? Sie haben noch nie von ihm gehört? Axios ist ja Anführer der miesesten Gang auf Eladen. Sie überfallen andere Plünderer-Camps und lassen niemanden am Leben. Letzte Nacht war unser Lager dran. Ich hatte Glück, dass ich ein Versteck gefunden habe. Und ich habe mich bis jetzt nicht wieder rausgetraut. Ihre Gang hat vor kurzem einer Wissenschaftlerin einen Stahlruder abgekauft. Ich will es zurück. Diesen Schrott? Das Ding war nicht mal mit unserem Schiff kompatibel. Axios muss es mitgenommen haben. Genau wie alles andere auch. Wenn Sie Todessehnsucht haben, können Sie ja versuchen, es ihm wieder abzunehmen. Ich gebe Ihnen sogar den Nachtpunkt. Werden Sie alleine klarkommen? Ja, sowas passiert ständig. Ich suche mir einfach eine neue Gang. Eins noch. Wenn Sie Axios sehen, schießen Sie. Er hat's nicht so mit dem Reden. Die Analyse der alkoholischen Bestandteile deutet darauf hin, dass es hier auf Eladen gebraut wurde. Hier? Und woraus? Es ist vielleicht besser, wenn Sie das nicht wissen, Pathfinder. Doch, ich will es wissen. Wenn man einen eigenen Fusel machen. Die Temperatoren steigen an. Gibt es hier noch was zu holen? Nee, nix. Ich registriere Temperaturen über dem normalen Herd. Ein Lager mit Gesetzlosen. Wir sollten uns vorstellen. Na, wen haben wir denn hier? Mir gefällt Ihre Panzerung. Tötet sich. Legen Sie sich nie mit Axios an. Sie haben echt Kampfgeist. Sie sind C. Das gefällt mir. Wie kämpfen die da? Kann man nicht sagen, Waffen runter, wir sind in der Überzahl? Oder zu stark für euch? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Das scheint das Strahlruder aus Noras Schiff zu sein. Na, endlich. Okay, bringen wir es ihr zurück. Temp... Temperaturen steigen an. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ich frage mich eigentlich, wieso müssen wir mal rumkriechen. Fliegen wäre auch noch eine coole Sache. ... ... Waffen runter, wir sind in der Überzahl. Habt ihr das gesehen? Was für ein übermenschlicher Schlag. Wahnsinn. Jetzt hier was zu holen, was zu scannen. Rettungskapsel konnten wir scannen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Pathfinder, ich registriere vor uns einen Temperaturabfall. Die Plünderer haben in den Dünen ein Lager ausgeschlagen. Ja? Haben Sie irgendetwas Nützliches über Eladen herausgefunden? Das hängt ganz davon ab, was Sie als nützlich bezeichnen würden. Das werden wir dann ja sehen. Na schön. Also ich nehme an, Sie wissen, dass auf Eladen ständig die Sonne scheint. Es gibt hier keine Nacht. Aber ich habe Beweise für einen seltenen Temperaturabfall gefunden, was bedeutet, dass auf dem Planeten zeitweise Sonnenfinsternis herrscht. Können Sie sich das vorstellen? Jahrelang nichts als glühende Sonne und dann eine Woche lang Nacht? Das muss enorm verstörend sein. Ich habe das Strahlruder Ihres Schiffes zurückgeholt. Also den Katalysator. Ist ja dasselbe. Im Ernst? Ich war mir nicht sicher, dass Sie es schaffen würden. Es war auch nicht ganz einfach. Ich musste ein paar äußerst unangenehme Plünderer aus dem Weg räumen. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein widerwärtiger Haufen, nicht wahr? Naja, wie auch immer. Ich werde das Teil einbauen und mich dann auf den Weg machen. Ich habe auf diesem Planeten noch einiges vor mir. Seien Sie da draußen vorsichtig. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Das hätte ich sonst bestimmt vergessen. Danke Pathfinder. Oh, jetzt wäre eine Interaktion fällig so. Zack, klatschen in die Gesicht. Für diese... Für diesen... Diesen Sarkasmus und hier. Oh, kann man denn hier? Sehr schön. Sehr schön. Okay, also diese Kroganer Geschichte. Die müssen jetzt unbedingt vorantreiben hier. Oder aber so ein... Diese Dinger da machen. Abgeschürzt. Jetzt ein Catcher für Untersuchung. Ah, wir sind jetzt gerade... Wir sind schon wieder so weit weg. Okay, schnell reise ich hin. Mit der Markierung. Lebenserhaltung ist stabil. Die Diplomation hat sich zuerst vor. Mit demcihren am Ende der�. Ja, ich bin schon. Und zwar, dass es dir so weit weg gibt. Und zwar, dass die Bedeutung wird. Was hat sich nicht zuerst, die Bedeutung wird. Das ist doch nicht. Es ist nur damit. Der steht. Die Bedeutung wird der Bedeutung geboren. Das ist ein Zeugnis. Lager mit Gesetzesnosen. Okay, das ist besser. Ich rate von längerer direkter Sonneneinstrahlung ab, Herr Feiner. Dürfte schwer werden, dass ihr... Gesetzloser gesichtet. Ist das jetzt mehrere Banden, oder was? Diese Hitze ist unerträglich. Ich registriere eine beträchtlich niedrigere Temperatur im Schatten. Ich bin unsere Hitman! Ich bin unsere Hitman! Ich werde jetzt wieder alle umbringen. Ergib dich! Ich habe gesagt, ergib dich! Du solltest dich ergeben, Junge! Na, wie du willst! Cut me um! Ähm, wartet mal kurz! Ich, äh... muss mal schnell was nachschauen. Ähm... Wir machen kurz Pause. Kann ich nicht. Wir werden jetzt... Ich bin gleich zurück. Ich bin hier nicht… Ich bin mein Didn'